das ist morgen morgen ist die kurzform für morgen weil morgen kommt von einem wurf wurf ist das deutsche wort für cool von autonamen sein oder war ein porsche und ein tesla und ein mercedes und er ist der englische morgen aber hier in unserem haus nennen wir ihn nur morgen ist total flauschig und hat einen ganz langen schwitz wenn ein hochstellt dann sieht er aus wie ein kleines eichhörnchen morgen kannst du den schnurren ja gut gemacht jetzt habe ich dich ganz verstrubbelt das gefällt ihm gar nicht wenn man ihn so arg streichelt weil dann wird sein ganzes fell durcheinander gemacht und er hat die schönsten blauen augen und ist ein ganz ganz süßer